Hallo Leute, da sind wir wieder bei Dead Space 1 und ich habe nachgeguckt, ich weiß, was ich machen muss und das ist einfacher als man denkt. Denn wir sind in einem verkackten, schwerellosen Raum. Heißt, wir können an der Wende lang. Oh, mein Nasio. So, passt auf, Leute, passt auf. Könnte ja alles so schwer sein, ist es doch eher nicht. So, wir sind jetzt hier, wir müssen hier hin. Aber ich hätte den jetzt nicht schon kaputt gemacht, doch, ich hätte den ja schon kaputt gemacht. Dankeschön. So, jetzt ist die Frage. Geht ihr da hin? Und zwar schnell, bitte. Guckt euch den an. Eintritt Vakuum. Cool oder cool? Babys. Weck da, Babys. Noch mehr Babys. Da ist ein Baby. Was wollt ihr denn jetzt gerade von mir? Außer Nerven. Sagt ihr jetzt einfach mal so, ah, guck mal hier. Und dann zeigt er mir die Babys. Ach, jetzt schießt er auf mich. Wiederarbeit. Aber so ist schön. So, guckt ihr das an. Stellen wir das Ding erstmal hier drauf. Denn wir sollten ja den Sender da drauf packen. So weit, so gut. Ruf, na beleus. So, und dann müssen wir das hier immer kurz verlangsamen. Sollen wir wissen, worauf wir drauf schießen müssen. Bums, und demaufgabe erfüllt. Und jetzt einfach machen wir hier jetzt auch nochmal. Echt, das ist ja fad. Na, warte, Jude, oder warte, Jude? Das wird auch voll cool. So, wo wir uns jetzt haben, da wir uns haben. Wir nehmen natürlich erst mal die Dinge ran, setzen mit, Salatschnitt. Denn es sind credits, credits, kann man immer gebrauchen. So, jetzt muss man aber irgendwie extern wegschießen, oder was? So würde ich das jetzt vermuten. Ähm, da haben wir Muni, die haben wir Muni. Dann nehmen wir erstmal die hier. So, jetzt sind wir links richtig. Jo, dürfen wir jetzt wahrscheinlich wieder zurück. Ah, nee, warte, ich bin uneduldig. Ich wüsste, dass da gleich was kommt. Also nehme ich lieber die da. Ich hab's doch gesagt. Alter, jetzt. Okay, da nervt mich. So lange ich hier bin. Okay. Und wartet wohl. Wollen wir nochmal zum Matschen? Hast du dich für mich? Na ja, ich nehm dir das nicht übel, Kumpel. Ich nehm dir das nicht übel. Fallet gut. Naja, war viel einfacher als gedacht. So, Nagel habe er denn da gleich. Ich warte. Und du hier echt jetzt? Fackst du jetzt ab? Oh, meine Nase. Sie zum Glück, Kinder wägt mich nach hinten beuge. So, muss ich jetzt das Ding nochmal hier rausnehmen? Nein, nein, nein. Lass doch den Scheiß. Du hast mich verdrückt gewisse. Komm raus. Raus. Komm raus. Dann, er ist jetzt? Okay, geh gleich nochmal hin. Der ist halt, die brauchte ich. Oh, kannst du nicht einfach da stecken bleiben. Ja, jetzt wird gekommen. Wie gut ist das denn, bitte? Okay, du kannst jetzt die ganze Zeit sagen. Okay. Okay. Warten wir jetzt kurz. Das ist ein bisschen feurig bei dir. Und dann poppen wir das Ding jetzt wieder dran. Oh, echt? Da waren wir doch vorhin. Da war doch ernst teurer. So, und hier schieben wir jetzt den wieder rennen. Freut er sich, dass er wieder laufen kann. So, jetzt hier gut lang. Jo, war so der richtige Weg. Den ist ja gut. So, wer will ich uns jetzt anpacken? Oh, geht's lang. Geht's lang. Oh nein, nicht hier. Na? Oh, das machen wir gleich nochmal. Nein. Ihr könnt mal gucken, ob ich noch ein Stasepack hab. Yo. Müssen wir einfach mal. So, wen haben wir denn jetzt hier? Irgendjemanden? Oh, ich soll da echt lang. Aber ich kann da ja nicht lang. Ah, ich hab' den Schlüssel. Okay. Okay. Hier ist also kein Toter. Also kein Toter, der wieder stehen wird. Ah, und wenn hier oben kann ich abschießen, den großen Meteoritenstein. Energie für die Lisa-Kanone, nehme ich da gerne, nehme ich da sehr gerne. Aufgabe erfüllt. Ladung 8, 7, 7, 2, gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Wird nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Das hast du schon gesagt. Als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen. Denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Fick dich doch einfach. Was machst du denn die ganze Zeit? Außer rumsitzen. Guck mal, Energieknoten für uns. Sehr schön. Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Okay. Am Arsch mit dir. Noch wer? Warte. Ach, du kannst ja nicht von oben kommen. Jetzt muss ich nachladen. Jetzt müsst ihr warten. Oh, ich hab nur so einen Schuss. Das ist ja auch so geil. Bums. Und der Stiel wieder auf. Das gefällt mir so gar nicht. Drei tausend Kröten, ey. Drei tausend Kröten, ey. Drei tausend Kröten. Quarantäne aufgehoben. Ja, und wer fragt mich, ob ich die Scheiße machen will? Jetzt mal ernsthaft. Kein Stase-Pack. Kein Stase-Pack. Wir sind gerade Nights aufgehoben. Wo ist das denn jetzt schon wieder her? So, das müsste jetzt noch voll sein. Muss ich jetzt ein Video nixen. Da lang geht's. Okay. Krieg hin. Ich hab natürlich geguckt hab, ob hier irgendwas ist, was mich töten will. Nee, das ist ja cool. Ich nehm mal ein Mini-Pack, aber wann cleanet? Wenn ich noch ein großes oder ein mittel großes, je nachdem. So, jetzt sind wir hier wieder unten drin. Dann jäg jetzt erstmal speichern. Haben wir nämlich schon lange nicht mehr. Schon seit fünf Minuten nicht mehr. Äh, 525, 521, hörst du dir an. Ja, umöchtig abspeichern. So, und jetzt sagt er mir bestimmt, ey, gehen wir da wieder durchs Feuer. Alter, gerne. So für dich. So, da hinten lang. Quasi raus aus dem Feuer. Ich hab jetzt erstmal nicht. Ich find's ja nicht so schlimm, dass man raus aus dem Feuer muss. So, und wenn er mir jetzt sagen würde, wo ich lang muss. Werdet voll geil, aber ich denke mal in die Vorbereitung. Ich setze mich aber ordentlich hin. Ich sitze übrigens schon wieder so ein bisschen quer, so, dass man meine nette Gesicht an der Kamera sehen kann. Und, ja, deswegen hab ich mich jetzt gerade umgesetzt. Ey, kachst du ja los. Ey, kachst du ja los. Und besser, wenn man immer eine Party feiern ohne dich, dann kommst du an. Es war so klar. Aber jetzt hab ich nachgeladen. Jetzt kann es wieder kommen. Die Frage ist, wär ich jetzt besser im Zielen, oder hab ich einfach nur mehr Glück? So, da jetzt lang. Hier kommen bestimmt auch noch Viecher. Zum Beispiel. Weg ist er. Selbst ist ja mal ein Sachver. Kopf-Tempark ist, wie kannst du immer sterben. So, Werkbank, Leute. Werkbank. Mein Pasma Cutter will aufgewertet werden, habe ich gehört. Äh, Plasma Cutter. Wow, ich hab ihn ganzen Knötele. Tempo oder nachladen? Tempo oder nachladen? Wie wird mit nachladen? Weiß ich nicht, was der jetzt besser macht beim Nachladen, oder wie geiler ist, aber auf jeden Fall können wir jetzt nachladen. Ich muss grad nachladen. Jetzt rückt mich ein bisschen schneller, oder? Gibt da leider null Plan. So, gucken wir mal. Was haben wir denn im Ingentar? Midipacks und Stase-Klöte. Aber kaum Munition. Und deswegen werde ich jetzt den Halbleiter verkaufen, den ich hab. Äh, Halbleiter Gold, soja. Jo, gerne, danke. Und dann hole ich mir Plasma Energie. Tut mir leid, mehr war nicht drin. Aber Plasma Energie ist sowieso die beste. Von daher nicht so schlügen, liebe Leute. Den machen wir schon. Unser Plasma Cutter wirst du so das Geister. So, wo wir da uns lang haben? Hier will er uns lang haben. Das ewige Backtracking, ne? Aber wir haben das Kapitel geschafft, das war jetzt irgendwie zwei, drei Folgen. Zack, ein Kapitel fertig. Ich bin halt bloß in da. Müsste jetzt Kapitel 8 sein. Wow. Dann sind es bloß auch vier. Kapitel 7 ins Leere. Abgeschlossen. Affauen wir jetzt, wie das nächste heißt. Das wäre ja ganz nett. Äh, ja, natürlich speichern wir. Einfach hier, zack. Dead Space Saved. Oh, passt schon. Suchen und retten. Oh, Hammond liegt wohl doch noch. Denn sonst wüsste ich nicht Weva retten und suchen sollen. Oder halt suchen und retten. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht. Die USM Baylor. Keine Ahnung, was sie da draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Mir wird, wenn du einfach mal den fresselst. Und überhaupt was machst. Und ich finde gerade ja nicht so als Vorteil, dass jetzt irgendwelche Militärs kommen, weil dann haben wir nämlich unsere Viecher, nämlich krasse Waffen. Obwohl, dann können wir die töten und dann haben wir krasse Waffen. Alles cool, kommt ruhig her. Oh, da hört sich was aber ja nicht freundlich an. Geld habe ich immer noch nicht. Das ist schade. Ich kenne nämlich hier eine Geld. Ach, hier sind wir wieder. Ach nee, dann wisst ihr ja, wer wieder kommt. Wie soll ich denn jetzt lang? Ach, du seid's. Pumms. 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 Pumms weg. Nee, nee, nee. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass gleich noch ein Dicker kommt. Bist du wirklich keiner? Wer ist der? Wer ist der? Habe ich mir schon ein paar Mal gesagt. Aha. Du bist für mich viel besser. Stimmt. Aber, mag ich auch. Das ist ganz cool. Das war's, ja. Quarantäne aufgehoben. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Und schön viel Geld und alles, was sie so haben. So, doch, dann gügeln wir mal, ne? Die, sie, super. So. Achso, in Fahrstuhl will ich mich wieder lotsen. Aber da war ich doch schon drin. Und du bist ja jetzt nicht, welche, welche, wo du mich hinnahmen willst. Äh, okay. Ebene 1 anscheinend nicht, weil die ist zu. Dann nehmen wir doch einfach Ebene 3. Ich sag, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen. Aber ich kriege über die Coms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Na, Captain Doctor. Ich hab keine Haare, mir aber dafür einen geilen Bart. Der mag uns ja sowieso nicht. Ich kann nicht sowas von weg snatchen. Yo, hier waren wir auch schon. Ich find's schön, dass wir uns hier wieder Munition und Kissen in die Licht haben. Das ist das, was ich brauche. Definitiv. Plasma-Energie, Plasma-Energie. Oh, nö. Komm. Los. Komm, komm. Jetzt schießen doch die ganze Hake weg, Mensch. Hilft besser als gedacht. Den wollte ich gar nicht öffnen, aber danke. Was schleimt da raus? Ich hör dich schleim. Ach, da ist sonst wieder, ja. Oh. Zack. 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 Entschuldigung. Ich will dir nur deine Arme wegschießen. Treff nur nicht. Alles cool. Alles cool. Du bist tot. Keine Sorge. Das keine Gefangenheit für mich. Alles cool. Wisst ihr, das Problem ist nicht meine Gesundheit, sondern einfach bloß meine Munition. Gesundheit habe ich genug. Medi-Packs habe ich genug. Ich hab halt kein Geld für Munition. So, ins leere. Ja, das soll bitte beendet werden. Ja, gespeichert werden. Nicht beendet. Oh, kannst du beenden, aber das bringt mir nicht viel. Oh, ist da immer noch ein Ding? Ah. Mh. Mh. Lecker. So stimmt. Die war vorher zu, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt ist sie in Ordnung. Bist du doch schon tot. Oh, bist du unser Doktor? Bitte sei unser Doktor. Alter, hast du... Du hast ein Cape. Du stehst leider wieder auf. Oh, du hast eine Cape. Oh nein, du bist es. Okay. Uuuh. Widerlich. Gänsehaut vom Feinsten. Und der da lebt auch noch. Okay, vielleicht habe ich mich so geirrt. Der lebt auch noch. Tu nicht so tot. Moment. Gein Arsch. Der hat nicht mehr erlebt. So, hier hinten ist jetzt nichts mehr. Mir fällt es nicht, wie die Viecher immer größer werden. Hätten sie sich das nicht vorher überlegen können? So, ey, ich bin jetzt 80. Alle cool. Ist irgendwie nicht, glaube ich. So, einen Schrank braucht doch keiner. Obwohl, den könnte ich mir ins Bad stellen. Schick. So, da haben wir eine Werkbank und einen Aufzug. Aber sonst noch was. Speicherstationen. Wir haben gerade eben gespeichert. Ist doch blöde, jetzt nochmal zu speichern. Ja, ist es. Na und? Richtig da drüber auf. Ich habe nicht gespeichert, oder? Ach, bestimmt habe ich gespeichert. So, habe ich mich gerade gefunden? Ich glaube nicht. Nö. Alles klar, kannst du wieder zuklappen. Kannst du es zuklappen, Zeug? Ach, da. Dankeschön. Bist der Beste. So, Lastenluftzug. Warum habe ich denn jetzt überhaupt so wenig Schuss? Ich habe gerade alles, was ich an Yield hatte, für blöde Plasma-Cutter-Energie weggeschmissen. Jetzt? Das Buch der Kommunikationszentrale First Comms-Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Masai ist abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Mayday! 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 Hier ist die USG Ishimura. Hier ist... Verfluchte Scheiße! Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bayley out! Bayley ist out! Ja schade, was trinken wir denn jetzt, wenn wir kein Bayley mehr haben? Naja, Bayleys und so. Gibt halt mehrere von den Bayleys. Oh, oh, ich nehme die Maus in der Hand. Da wird mir irgendwas, was unschön wird. Was ist... Was kommt? Okay, er interessiert mich. Okay, vielleicht interessiert er doch. Alles cool. Nichts passiert. Darf ich wetten, dass wir, wenn wir jetzt nochmal zurückfahren, da hoffen wir sie Monster sind. Nur halt so eine kleine Versuchung. Kommunikations-Array offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Ja, der Panicke. Das Array der Comanlage ist in keinem Grund. Wir brauchen mindestens sechs funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch aufgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Du willst mich verarschen, oder? Ja, Stimme 6 ATEN-Luft. Luftkanister-Mittel kann ich mir jetzt kuchen. Na geil. Den brauche ich. Da habe ich hier Medipack-Claim. Den brauche ich auch nicht wirklich. So, jetzt bitte. Komm, gucken wir mal hin. Ah, hier Mission. Militärschiff-Control... Hier, Array. Endige Parabolantennen der Comanlage haben was abgekriegt. Ich muss die defekten Schüsseln austauschen und eine Schaltung aus funktionierenden Antennen bauen. Damit sollte das... Alter, du bist so bescheuert. Aber zu tun hast du sonst nischt, ne? Denn ist ja gut. So, Leute. Wir gehen jetzt zu speichern. Und dann wartet für diese Folge. Dann nimmst du mich in den nächsten weiter. Mensch, spannend wird's hier. Oh, richtig. Dankeschön für's Zuschauen. Bis zum nächsten.